Sie wissen, dass Sie haben ein schlechtes Gewissen und Sie entscheiden sich fürs Starben. Alle, die eine Ahnung haben von Gesundheit, reden nicht. Wo ist die Gesundheitsberechtigung in der ÖVP, Frau Schwarz? Schämen Sie sich! 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 Hören Sie auf, Wahltaktik über Menschenleben zu stellen. Das ist unwürdig, das ist Ihrer nichtwürdig und das ist eine Verletzung Ihrer Amtspflichten als Politiker und gewählte Volksvertretter in diesem Land. Das wissen Sie all genau. Schämen Sie sich! 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 Schämen Sie sich!